Der Hadi weiß etwas, was wir nicht wissen, was uns helfen könnte. Der Hadi, das ist so ein reicher, reicher Typ, dessen Vater ist nie da, dessen Mutter ist tot, glaube ich. Und er hat halt nur einen Freund, seinen Roboterhund. Und der ist halt richtig reich und richtig eingebildet am Anfang und gibt nur an. Und das ist halt, ja, er ist halt ein richtiges Ekel am Anfang.